Der Handel verfügt über einen großen Schatz an Daten, beziehungsweise auch der Möglichkeit, solche Daten zu erlangen. Das können beispielsweise Sachen sein wie Kassenbondaten, beziehungsweise allgemein Abverkaufsdaten, teilweise Bewegungsmuster der Kunden, aber auch vertiefte Informationen über Produkte, beispielsweise da Nachverfolgbarkeit in letzter Zeit deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Die Interpretation all dieser Daten und die Verknüpfung miteinander ist dabei keine triviale Aufgabe. Und erst durch die Verknüpfung all dieser Daten und der Extraktion von Wissen aus diesen Daten können auch tatsächlich Mehrwerte gewonnen werden. Genau hier kann künstliche Intelligenz ansetzen und eben helfen, dass aus diesen Daten tatsächlich Mehrwerte gewonnen werden können.